Alice, hier ist Jerome. Isabelle und ich nähern uns der Verbandenbasis unter dem Träger. Verstanden, Jerome. Mein Team steht auf Abruf bereit, wenn ihr es braucht. Gut. Wenn der Schild des Trägers unten ist, müssen wir schnellstens mit dem Schwerkraftlift an Bord. Ich brauche dein Team abrufbereit, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ich gebe euch Deckung, Jerome. Sorgt ihr dafür, dass ihr dort hinkommt. Viel Glück. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Halo Wars 2. Heute spielen wir die Mission im Dunkeln. Und was stehen wir hier? Infiltrieren sie die Verbandenanlage und gelangen sie auf die feste Überzeugung. Das wird wahrscheinlich das Schiff da oben sein. Und finden sie mit ihren Scharfschützen Ziele für die Kodiak Artillerieeinheiten. Bin ich mal gespannt. Sieht danach aus ohne Basisbau. Wir wehren uns jetzt der LZ für den Schwerkraftlift. Achtung, Feindkontakt! Achtung, wir stützen ab! Nein, nein, nein! Das schlägt. Zum Schwerkraftlift zu gelangen wird nicht ganz so einfach wie gedacht. Jerome, der Funk explodiert gerade förmlich. Die Verbanden sind auf dem Weg. Na, super. Scharfschützen? Hier ist Sergeant Alieri. Die Verbanden haben uns überrascht und Jerome's und Isabel's Pelican auf dem Weg zum Schwerkraftlift abgeschossen. Treffen Sie sie an der Absturzstelle für neue Befehle. Was haben wir denn da? Geht klar! Verroren Sie mir nicht zweimal zu sagen! Oh, komm, mach platt den... Ach, Alter, echt jetzt? Kamikante, Grunt! Scheißen Sie aus der Ferne aus! Oh, yeah! Da rennen die hin? Oh, wir wollen nicht damage werden. Können wir irgendwas machen? Verbanden mit einem Orbitalschlag vernichten. Dann hauen wir da mal ein Geschützturm hin. Ja, dazu müssen wir erstmal hier aufräumen. Habe ich sowas? Holokörper? Ach, Mann, das wird, glaube ich, echt lustig. Wo müssen... Da müssen wir hin, ne? Mit Jerome treffen. Jetzt habe ich nur diese vier, oder wat? Ey, das könnte echt lustig werden. Hier ist keiner mehr drinne, da ist keiner mehr drinne. Und hier will ich wahrscheinlich einfach nicht hin. Ja, komm. Da vorne müssen wir hin. In Bewegung, in Bewegung. Wähle mir mein Ziel aus. Danke. Neutralisieren! Bin dann unterwegs. So, den auf jeden Fall gleich wegmachen, damit wir wieder... Nachschub haben. Wir treiben mal kurz auf. Verstanden! Oh, Alter, ey. Die machen aber auch nicht damage. Wenn wir so ein Geschütz aufwerfen, nö. Noch mal hier... Ich würde sagen, mach dich mal platt hier, bitte. Im Visier! Ist weg. Wir haben eine geale Reichweite, muss ich sagen. Oder ein Stückchen weiter. Jawohl. Jawohl. Neutralisieren! Bin unterwegs. Auf jeden Fall einsammeln. Ganz wichtig. In Bewegung. Können wir da runterspringen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Brücke aus! So, hier können wir mit den Dingern hier getarnte Sachen sehen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe. Brücke aus! Anführerfähigkeit bereit! Abwurf, Einsatz, ah, okay. In Bewegung! Anführerfähigkeit bereit! Erfasse das Ziel. Verstanden! Geht klar! Die Minen kaputt machen. Räume mal kurz auf! So, warte mal eben. Äh, F9. Na, Scharfschützen töten. Nach Plasma-Minen suchen. Okay, dann nehmen wir die hier unten auf jeden Fall mal mit. Und hier waren ja auch noch welche. Krass. Schnell, die gehen die down, ey. Schnell, die Minen waren irgendwo da. Suche das Ziel. Eigentlich doch. Hier war noch eine. Ich meine, ich brauche gerade sagen, das war nicht hier. Können wir das Ding einnehmen? Nice. Oh, da sind noch ein Minen. Punkt erhalten. Oh yeah! Äh, ist natürlich die Frage, was wäre am sinnigsten. Ich glaube, als allererstes erst mal das. So. Weil wenn wir das Teil eh einnehmen können, haben wir noch eine Minie hier. Wir nehmen das mal ganz kurz ein. Können wir das einnehmen? Ja. Dauern natürlich eben. Oh, da gibt es zumindest ein bisschen Ressourcen. So. So, müssen wir noch einen nehmen. Stimmt, wir haben den ja erst mal übernommen. Na, da müssen wir hin. Also wahrscheinlich komplett durch. Eiern, ey. Wir werden ja auf jeden Fall alles durchsuchen. So, zumindest so, wenn es uns das irgendwie möglich ist. Das dauert echt wieder Ewigkeit, ne? Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, das Teil 1 zu nehmen. Na komm, 100%. Zack, dankeschön. Gibt zumindest jetzt durchweg Energie. Sofern jetzt hier nicht irgendwie groß was auf uns zukommt an Massen an Feinde, sollte das Ganze machbar sein. Halt! Leute, Jerome's Pelican ist da vorn abgestürzt. Ja, wir müssen ja erst mal hier aufräumen. Im Visier. Liege los! Brauchen Sie mir nicht zweimal zu sagen! Wieso, fuck? Wie wenn hat der denn da gekämpft? Und ich dachte, ich könnte heute einen Spartan retten. Schön, euch hier zu haben. Wir brauchen eure Augen, um weitere böse Überraschungen zu entdecken. Ja, ja. Alles cool. Gehen wir los. Perfektes Wetter für die Jagd. Rück aus. Spartan auf dem Weg. Hört sich hier komplett gekloppt mit denen oder wat? Bin unterwegs. Alle Brood Warlords ausschalten. Ey, wie viel gibt's denn... Rück aus. Sachen gibt's denn hier, ey? Spartan auf dem Weg. Wo sind wir denn der Fläder? Kommen! Und lassen die Schläte mich ganz schnell durch die hindurch. Wir machen auch nicht Damage. Rück aus. In Bewegung. Bin unterwegs. Rück aus. Ein bisschen vorsichtig sein hier wegen den beknackten Minen. Die heilen sich aber nicht von selber, ne? Brauchen wir denn hier fürs Heilen? Ja, brauchen wir mehr Nachschub als Energie. Energie haben wir genug. Bin unterwegs. Wir werden es bereuen, an mich geraten zu wollen. Das war knapp. Im Laufschritt. Da können wir nicht lang. Ist das mal hier gerade lang? Spartan auf dem Weg. Wir sind Gegner, Leute. Ja, ich seh's. Ich seh's. Das bin ich aber erstmal hier lang. Ich bin unterwegs. Ich muss mal das Ding hier einnehmen. Spartan auf dem Weg. Halt zurück. Rück aus. Bereit, die Gegner zu neutralisieren. Oh yeah! Geht klar! Warte mal, das sind doch nochmal so vier. Warte mal, wie kann ich nur drehen so? Ne, sind nicht vier, sind diesmal nur drei. Wollt ihr eh mal ein paar neue Tricks ausprobieren? Doch vier. Sag ich doch. Wollen wir den Punkt frei? So, wir werden wieder zurück. Warum ist hier ne Garnision? Meistens sind hier Garnisionen, weil es hier irgendwie was zu beschützen gibt. Und die Vermutung, dass hier was kommt. Bringt mich hin. Ich erledige den Rest. Wenn du unterwegs bist! Nicht zu nah ran, bitte. Hauptsache, er bratzt die mal gerade weg. Alter! Krass, wie viel Damage die machen, ey. Bereit, die Gegner zu neutralisieren. Verstanden! Bin unterwegs! Wahrscheinlich deren Scharfschützen. Ah, den kriegt er auch noch, super. 092 ist bereit. Spartan auf dem Weg! Den hätten wir auch. Bringt mich hin, ich erledige den Rest. Dann können wir jetzt wieder zurück. Hier können wir nochmal so hinlatschen. Dann dürfte ich da nicht. Cool, nice. Aber... Ne, den behalte ich gerade mal. Weil so viel Nachschub haben wir nicht. So, warte mal. Hier haben wir gerade alles gekleert. Wir müssen uns um die Verbandenbasis zwischen uns und dem Schwerkraftlift kümmern. Echt jetzt? Captain! Wir brauchen Verstärkung, um uns im Aufzug durchzukämpfen. Danke für die Hilfe, Sir. Der Verband von Verkehr nimmt zu, Jerome. Die wissen, dass wir da sind. Ihr habt es über gehört. Bereiten wir uns vor. Ohne die Basis gäbe es keine Verstärkung zur Einnahme des Schwerkraftlifts. Witzig. Die schützen. Die Kodiax beschützen. Mini-Basis fertiggestellt. Was kann ich hier bauen? Was ist das? Marines? Cool. Da kommt Nachschub. Da kommt eine Kaserne. Okay, dann haben wir zumindest Energie. Und wir haben... Nachschub. Äh, Energie und ja, Nachschub haben wir. Bereit, die Gegner zu neutralisieren. Ura, warten wir. Los geht's. Was sind das für Teile? Was können die denn? Aufklärer. Dann mal los. Kaserne errichtet. In Bewegung. Wenn das ein Aufklärer ist, dann würde ich mal eben kurz... In Bewegung. Hier hinten umgehen. Jackrabbit ist unterwegs. Kann's kaum erwarten, loszulegen. Aufklären ist immer gut. Also schon schnell. Okay, da waren Minen. Okay, das waren eindeutig Minen. Brauchen Sie etwas extra schnell erledigt? Ich wollte eh mal ein paar neue Tricks ausprobieren. Ja, wir brauchen eh ein bisschen mehr Infanterie. Den upgraden wir gerade mal. Bringt mich hin. Ich erledige den Rest. Okay, wir machen ihn mal gerade mal so. Jackrabbit ist unterwegs. Zack. Gucken wir mal, was da oben ist. Nachschub, Modul, Upgrade, abgeschlossen. Das Ding haben wir zügig. Dann können wir noch ein Scharfschützen bauen. Können wir... Ja, nur Marines und Scharfschützen können wir bauen. So, wo seid ihr denn? Ein bisschen zurück, bitte. Können wir die Damage machen? Nein, reiner Aufklärer. Alles klar. Das soll uns aber mal nicht aufhalten hier. Äh, dedel, 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 dedel. So, jetzt gehen wir mal mit dem bisschen nach oben hier. Hier war bestimmt Minen. Zumindest wisst ihr sonst nicht, was hier oben... Ah, sag ich doch. Infanterie Level 1 erforscht. Ah, hier sind noch mehr. Alle sind hier viele. Ich hab so die vorne und das hier irgendwas Böses ist. Zweite greift mich an. Brauche Unterstützung. Ah, hier ist noch ein Phoenix Lock. Jackrabbit ist unterwegs. Schauschütze bereits. Oh Gott, da kommt Warlock. Ähm, ich brauche euch mal gerade. Ich bin bereit, die Gegner zu neutralisieren. Ich bin unterwegs. Bringt mich hin, ich erledige den Rest. So, da sind wir auf jeden Fall. Dann können wir hier mal die ersten... ...blätten. Marine-Einheiten hier. Noch Scharfschütze dazu. Der hängt schon in der Garnision. Wo bleiben meine Leute? Bringt mich hin. Einführerpunkt erhalten. Cool. Äh. Ah, uns fehlt Nachschub. Bereit die Gegner zu neutralisieren. So, wollen wir gucken hier. Wie sieht es denn bei denen aus? Alle noch relativ gut geheilt. Rück auf. Reims sind bereit. Hören wir uns mal Step by Step. Sparken auf dem Weg. Wo waren die denn jetzt? Wo waren die denn? Unterstützung. Dann kann angezählt werden. Rück aus. Der war doch hier, oder? Ich bin unterwegs. So? Wo ist der hin? Marines melden sich zum Link. Ich bin aufgriffen. Ist der abgehauen, oder was? Rück aus. Ich bin unterwegs. Er ist down. Und die sind auch down. So, mal hier bitte bleiben. Wieder heilen. Oh, das war aber nicht viel. Ich werde beschossen. Brauche sofort Hilfe. Ach, fuck. Da sind die ja fast alle im Arsch. Ach, du Kacke. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich zähle die Kampffschüsse, Marines. Das war natürlich scheiße. Meine Einheiten sind bereit zum Auslegen. Nicht zu hängen lassen, Marines. Das war ziemlich scheiße. Scheiße. Ja, komm, dann macht die weg. Ja, das war sehr blöd. Jetzt habe ich nur noch einen von den Teilen. Ah, nee, eigentlich... Ja, Schütze. Ist auch down. Ja, wir hätten hier auf jeden Fall vor, schon Leute stationieren sollen. Was habe ich denn jetzt hier drinnen? Hier darf ich auf jeden Fall nur Marines reinhaben. Oh, das war so blöd. Das war echt sehr blöd, ey. Ach, Mann, war das doof. Das nervt mich jetzt gerade ein klein wenig. Hier oben noch was. Oh, da kommen jetzt schon ein paar mehr. Ja. Oh, das Gute ist ja im Endeffekt... Nein, sind wir verrückt, oder was? Hier war nämlich nix, nee. Halt. Alter. Ja, das Problem ist nur halt, die meisten Kodiaqs habe ich kaputt gemacht. Deppigall. Anführerfähigkeit bereit. Das ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist gerade scheiße. Jetzt ist das Teil gleich im Arsch. Oh, oh. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, wir werden noch ein paar mehr Marines bauen hier. Ja, das war für der Feind. Anführerpunkt erhalten. Das schon wieder? Was? 092 ist bereit. Bodenpunkt beschießen links. Wir lauten die Befehle. Kurze, man setzt da mal rein. Fehler erledigt. Jawohl. Aber mehr schießt doch mal auf eine knackte Garnision da, ey. Komm, besetzt das mal bitte. Danke. Wir lauten die Befehle. Jetzt den Schildgenerator. Was steht da oben noch? Ach so, ein Teil. Aber gut, wir haben zumindestens... Komm, mach das Teil kaputt. Kann ich bauen. Komm, mach. Wir lauten die Feindbasis an. Ja, dann sollen sie auch schön weitermachen damit. Können wir hinsetzen. Schießt ihr mit? Ja. Natürlich auch nicht schlecht, so ein geschützt, ja. Komm, du mach weg, dann kann ich hier auch nicht bauen. Bitte lasst die Markierung da bleiben. Sieht aber groß. Komm, du schießt nicht. Gute Arbeit, Leute. Nee, geht weg. Mist. Käpt'n, die Verbandenbasis ist erledigt. Voll. Jerome, zum Schwerkraftlift, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Wir haben ein paar Marines verloren. Neues Primärziel. Komm, du schießt nicht. Bis zum nächsten Mal.